Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite-Shop. Außerdem stehen wir aktuell extrem knapp vor den 250.000 Abonnenten. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, scrollt bitte mal runter und klickt auf den Abonnieren-Button. Würde mich mega freuen. Und außerdem verpasst ihr dann keine neuen Shops mehr. Also falls ihr immer wissen wollt, was im Shop ist, unbedingt ein Abo da lassen. Außerdem löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja gleich 2000 V-Bucks verschenkt. Und zwar an alle Leute, die meinen Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eingetragen haben. Und der Gewinner von diesen 2000 V-Bucks heute ist der liebe Bulletproofed. Herzlichen Glückwunsch an dich, ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem heutigen Fortnite-Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben. Allerdings ist der, ja, heute nicht so besonders krass. Die letzten Tage, muss man ja sagen, hatten wir jeden Tag was Neues drin. Das ist wirklich ausnahmslos. Jeden Tag gab es was Neues. Heute der erste Tag, wo wir nichts Neues drin haben, alles gab es schon mal im Fortnite-Shop. Was ganz cool ist, ist zum Beispiel diese Easter Egg-Hacke hier, die Hackweise-Hacke. Ähm, wo es ja so ein kleines Easter Egg auf der Rückseite gibt, werde ich euch gleich zeigen. Ansonsten, ja, Leuchtstäbe, ganz cool. Ich würde sagen, der Shop heute ist auf jeden Fall in Ordnung. Ihr könnt gerne mal abstimmen, oben rechts, wie ihr den Shop denn so fandet. Fangen wir aber erstmal auf der linken Seite an. Heute immer noch drin, die Dämonika für 2000 V-Bucks. Natürlich auch mit ihren Flügeln, mit diesem Backpack. Ähm, ja, finde ich cool gemacht. Vor allem die Flügel klappen sich auch so an. Äh, ziemlich nicer Backpack. Dann haben wir noch die heiße Hacke drin. Finde ich vom Aussehen her cool. Der Sound ist leider ein bisschen enttäuschend. Ah, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Dann haben wir zurück die Schädeline. Die war, glaube ich, zuletzt am Valentinstag. Ähm, mit ihrem Backpack natürlich. Und man bekommt noch diese Challenges. Wenn man die gemacht hat, dann bekommt man diesen alternativen Style hier. Ich kann ihn mal ganz kurz in der Übersicht zeigen. So sieht der aus. Der schaut schon ziemlich cool aus. Also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Halt wegen diesem, äh, ja, alternativen Style. Der Backpack ist nicht ganz so meins. Aber wie gesagt, dieser Style ist auf jeden Fall ziemlich nice. Dazu gibt es auch noch die passende Hacke. Mit diesem Sound. Habe ich mir zwar gekauft, aber ich glaube, seitdem kein einziges Mal mehr gespielt. Also, würde ich eher nicht empfehlen. Dann kommen wir schon zum rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, lasst mir gerne schon mal jetzt einen Daumen nach oben da. Und im ersten Slot haben wir dann die Leuchtstäbe drin. Ja, für 800 V-Bucks ist es auf jeden Fall ein cooler Emote. Dann noch den Rabatt-Skin für 1200 V-Bucks. Den Skin finde ich eigentlich ganz cool. Der Backpack ist mir irgendwie ein bisschen zu groß. Der verdeckt so viel vom Bildschirm, wenn man den spielt. Deswegen, ja, ist eher nicht so meins. Dann haben wir noch die Hacke drin, die so ein kleines Easter Egg auf der Rückseite hat. Und zwar steht hier unten Delete Tilted drauf. Also so als kleine Anlehnung an diese ganzen Verschwörungstheorien, dass Tilted House zerstört werden soll. Und das so als kleines Easter Egg ist quasi hier auf der Hacke verewigt. Ansonsten, ja, es ist halt ein Wegweiser. In die eine Richtung ist, glaube ich, Pleasant Park. Genau, in die andere ist Tilted Towers. Ähm, ja, noch der Sound dazu. Ja, ist in Ordnung. Ich habe sie mir jetzt nicht gekauft, weil ich glaube, dass ich sie nicht so häufig spielen werde. Aber so als kleines Fun-Easter Egg ist das auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Dann haben wir mal wieder den Blenden Skin. Ja, ist in Ordnung. Orange ist jetzt nicht ganz so meine Farbe, deswegen spiele ich den relativ selten. Dann haben wir noch den Flugkapfen drin mit diesen coolen Wassertropfen-Effekten dran. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir noch die T-Pose für 200 V-Bucks. Genau, man steht einfach still rum wie eine Vogelscheuche mit diesem leichten bassigen Sound. Für 200 V-Bucks kann man sich den auf jeden Fall gönnen. Und ju, das war es dann schon zum heutigen Fun-Easter Shop. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Aktiviert auch unbedingt die Glocke, einfach kurz runter scrollen und dieses kleine Glockensymbol da anklicken. Dann bekommt ihr nämlich immer morgens eine Benachrichtigung. Was für ein neues im Shop drehen ist, lohnt sich also. Zum Abschluss, wie gesagt, könnt ihr mich gerne als Creator mal eintragen, wenn ihr mich unterstützen wollt hier und auch die ganzen weiteren Gewinnspiele hier unterstützen wollt und auch damit mitmachen wollt. Einfach nur Snogsy als Creator-Code hier im Shop benutzen. Und jo, dann war es das schon zu diesem Video. Ich werde heute Abend wieder zum neuen Shop rein streamen. Also, falls ihr da Bock habt, heute Abend so ab 22, 23 Uhr werde ich wieder anfangen. Schaut dort gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, hören wir uns dann. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss!